Ja, dann herzlich willkommen zum 14 Uhr Vortrag hier heute am ersten Tag der Kieler Open Source und Linux Tage in 2016. Andreas Rössler wird uns was erklären über Groupware. Ich freue mich, dass ich seit langem mal wieder hier sein kann, seit langem auch mal wieder sprechen kann und vor allem das erste Mal hier in den heiligen Hallen über was spreche, was nicht im Vortragstitel das Wort Zarafa stehen hat. Da steht nämlich jetzt Copano, aber dass das gar nicht so weit weg davon ist, und darauf arbeiten wir uns jetzt einfach mal hin. Ein kurzer organisatorischer Hinweis, jeder hat das volle Recht, eine Frage zu stellen, also auch mehrere Fragen, das verlängert einfach dann die Redezeit von mir. Aber ihr könnt das alle wahrnehmen, dieses Recht. Gut, worüber spreche ich? Ich spreche über Copano, das erklären wir dann gleich später. Communication und Sharing, das ist halt so mehr oder weniger das, was wir alle den lieben langen Tag tun. Open to the Source, da steckt Open Source drin. Das heißt, es ist eine Open Source-Lösung, ist aber auch, das erkennt man vielleicht schon so ein kleines bisschen, Communication und Sharing, das klingt nicht so nach dem Privathobby, sondern ist auch durchaus eine Lösung, die im kommerziellen Umfeld eingesetzt wird, die von Unternehmen eingesetzt wird, und die dort ihre Daseinsberechtigung hat. Wo kommen wir überhaupt her und warum machen wir das Ganze? Vielleicht erkennt der eine oder andere den Vordergrund, das sind Wolken. Wolken sind Cloud-Lösungen. Cloud-Lösungen, da sprechen wir schon seit vier oder fünf Jahren drüber, das ist ein alter Fuß mittlerweile. Es ist einfach da. Cloud-Lösungen sind, wie man so schön neudeutsch sagt, Commodity. Die kann man heutzutage überall kaufen. Es gibt die einen Leute, die setzen es ein, andere Leute setzen es nicht ein. Wenn Sie mal an Ihr Smartphone denken, alles das, was auf Ihrem Smartphone funktioniert, was dort angeboten wird, das ist mehr oder weniger Cloud. Diejenigen von Ihnen, die schon mal das große Glück hatten, mit Windows 10 arbeiten zu dürfen, die sehen, dass das halt auch komplett in diese Richtung sich weiterentwickelt. Und dann gibt es da natürlich noch diese kleinen, unbedeutenden Player wie Google mit den Google Apps oder Office 365 von Microsoft, die dann mehr oder weniger unsere Daseinsberechtigung sind. Denn deren Anwender, die nicht deren Anwender sein wollen, aber mehr oder weniger das Gefühl haben, sie müssen. Das ist unser Klientel. In dem Zusammenhang habe ich dieses ein kleines bisschen kitschige, schöne, bunte Bild vielleicht gefunden. Aber dieses Bild, das drückt für mich einfach mal so in 366 mal 366 Pixeln, weil größer ist das nicht, ich habe das nur großgezogen, fährt deutlich aus, was ich von diesem gesamten Cloud-Thema halte. Das ist nämlich einmal der Allheilsbringer, der hier am Ende des Regenbogens steht. Und das hier ist Big Data. Das ist dieser kleine Tornado, der dort die Daten alle aufsaugt, der alles einmal aufnimmt, um das dann oben einmal durchzudrehen und weiterzuverarbeiten. Denn das ist das, was in Clouds passiert. Das ist das, was einige Leute nicht wollen. Jetzt gibt es natürlich die Menschen, die schlucken das. Die sagen, mir ist das einfach egal, ich will die Lösung haben. Das muss einfach funktionieren, das muss schnell gehen. Wenn es die passende Lösung ist, warum nicht? Wenn ich so auf mein Handy schaue, ich habe selbst die eine oder andere App, von der ich ganz genau weiß, meine Daten, die landen alle in der Cloud. Zum Beispiel hier so eine tolle Fitbit-App. Also die Fitbits, die wissen jetzt ganz genau, wie fit ich bin, wie viel ich mich bewege und was so mein Puls sagt. Aber da sage ich einfach, okay, das ist mir egal. Aber wiederum auf der anderen Seite, wenn ich so an meine Unternehmenskommunikation denke, dann ist das so ein Punkt, wo ich mir sage, es ist mir vielleicht nicht ganz so egal. Denn meine Unternehmenskommunikation, die beschäftigt sich doch mit ein paar interneren Themen, wo ich sage, das muss nicht jeder wissen. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die ein Patent innehaben. Die sagen sich dann vielleicht, auch wenn das Patent vielleicht noch gar nicht so richtig durchgesetzt ist, wenn es gerade erst angemeldet ist, sie wollen das überhaupt nicht, dass diese Informationen irgendwo in irgendeiner Cloud rumliegen und mit irgendeinem Big Data Staubsauger dort rausgesaugt werden können. Jetzt ist in den letzten Jahren der Trend zu den Cloud-Lösungen hin weitestgehend vollzogen worden. Das Office 365 von Microsoft ist mittlerweile gesetzt. Google ist gesetzt, es gibt noch viele andere Anbieter. Und das, was wir sehen, ist, dass es einen ganz deutlichen Bedarf gibt an Alternativen. Das ist der kleine Orange dort. Das ist nicht die Mehrheit, aber das ist durchaus eine größere, abzählbare Menge an Leuten, an Kunden, die halt sagen, nein, wir wollen das so nicht. Wir wollen eine Alternative zu diesen Cloud-Lösungen. Jetzt kennt der ein oder andere von Ihnen vielleicht Zarafa, worüber ich früher präsentiert habe, und stellt sich jetzt vielleicht die Frage, okay, gut, aber was ist denn dann jetzt die Alternative, die wir jetzt heute, wo es halt das Office 365 gibt, anbieten? Wer kennt Dr. Who? Also kurz in die Runde gefragt. Für diejenigen, die es nicht kennen, ja, das ist so ein angenehmer Zeitreisender, das ist alles ein und derselbe. Und so alle paar, ja, man muss eigentlich sagen Serienstaffeln, weil alle paar Jahre kann man bei einem Zeitreisenden relativ schwer sagen, aber alle paar Serienstaffeln, da regeneriert er sich einmal. Das sieht ja hinterher komplett anders aus. Das, was früher, wenn man vielleicht mal hier sich den ältesten hier vertretenen Doktor hernimmt, das, was früher die reine Grubwehr war, das Exchange, das ist heute doch deutlich weiterentwickelt. Das ist der neueste hier vertretene Doktor. Eher hin zu einer allumfassenden Lösung, zu einer Collaboration-Lösung. Und bei Collaboration muss man sich auch die Frage stellen, was ist eigentlich Collaboration? Ich erinnere mich dann noch an so eine schicke Unkonferenz, die wir hier mal hatten. Das war, glaube ich, auch in dem Raum, wo ich, also Dieter hat mich überzeugt, daran teilzunehmen, und ich bin guten Mutes reingegangen. Ich habe gedacht, ja, Collaboration, wir reden über Grubwehr. Und hinterher war ich dann wirklich total deprimiert, als sogar noch das Wort Kalender von der Tafel gestrichen wurde, weil Collaboration doch tatsächlich als so allumfassend gesehen wird, dass der Fokus eher woanders drauf liegt. Grubwehr ist das, was man hier sieht. Dann gibt es da noch die Telefonkonferenz oder Telekonferencing, wie es heißt, weil mit Telefon hat das tatsächlich relativ wenig zu tun. Instant Messaging, CMS, na CMS weniger, mehr zu DMS, das Dokumentenmanagement, das File-Sharing, all das, das ist alles Collaboration. Und Sie sehen hier oben, das wird halt mehr oder weniger zusammengefasst. Und diese Zusammenfassungen, das sind dann diese Cloud-Lösungen. Und das sind die Lösungen, über deren Alternativen wir sprechen. Jetzt könnten wir hergehen und könnten sagen, das ist ein Rad, und wir erfinden jetzt einfach ein anderes Rad, das stellen wir nochmal daneben, und das verkaufen wir dann für teures Geld. Lohnt sich aber nicht. Es gibt viele schlaue Leute, die erfinden jeden Tag Räder, die machen jeden Tag schlaue Dinge. Viele von diesen schlauen Leuten arbeiten bei Microsoft, und die machen Office 365. Viele andere schlaue Leute arbeiten bei Google, und die machen die Google Apps. Und dann gibt es noch viel, viel mehr schlaue Leute, Leute, die tatsächlich in ihren vielen eigenen kleinen Produktnischen, wenn ich nochmal hierhin zurückgehe, in ihren vielen eigenen kleinen Produktnischen arbeiten, und dort tolle Sachen machen. Und das sind die Leute, die für uns spannend sind. Das sind die Leute, deren Lösungen wir uns anschauen. Das sind mal so ein paar der Räder, die diese Leute so erfinden. Da gibt es von Starface, Voice-over-IP-Telefonie, vielleicht kennt ihr das, das ist eine Telefonanlage. Im Gegenzug dazu, das ist Speedme, das ist halt rein Software, Videokonferencing, Chat und Screensharing und solche Geschichten. Agorom, Alfresco, das sind Dokumentenmanagementsysteme, OnCloud ist bestimmt ganz bekannt. All das sind Lösungen, die Teil einer Collaboration-Welt sind, die man zusammenfassen kann, und wenn man sich die alle anschaut, dann muss man wirklich feststellen, damit kann man schon fast ein Auto bauen. Und genau, genau dieses Auto, das ist das, was wir uns vorstellen, das ist das, woran wir arbeiten. Ich habe dann noch dieses schicke Bild gefunden, ich dachte so, die Welt in unseren Händen, das ist vielleicht fast schon ein bisschen religiös, aber so religiös soll es eigentlich gar nicht sein. Wenn wir uns einfach mal so die klassische Welt anschauen, was auf der Welt passiert, was in der Geschäftswelt passiert, dann können Sie sich so eine Story vorstellen, dass man früh aufwacht, man guckt auf sein Smartphone, und da sieht man einen Termin, den man hat. Dann nimmt man sich sein Smartphone, setzt sich mit dem Smartphone ins Auto, klickt einmal auf den Termin, dann ist da so ein kleines Kartensymbol, klickt da drauf, dann navigiert das Handy, die Person zu dem Ort des Termins. Dann kommt man dort an, guckt man sich den Termin nochmal an, sieht noch ein paar Notizen, sieht noch die Ansprechpartner. Wenn man dann vor Ort ankommt, dann macht man vielleicht einfach über das Web seine On-Cloud auf, lädt dort die Präsentation runter, hält eine Präsentation, schnappt sich so ein schickes Whiteboard, an dem Whiteboard werden ein paar Skizzen gemalt, wird ein bisschen diskutiert. Dann gibt es noch einen Kollegen, der vielleicht technisch viel mehr Wissen hat, den holt man dann über ein Webmeeting dazu. Dieser Kollege kann über die Kamera dann dieses Whiteboard sehen, dann malt man da gemeinsam rum, macht hinterher davon noch ein Foto mit der Kamera, mit dem Smartphone und das Foto kann man dann halt sofort über seine Applikation verschicken. Das klingt ein kleines bisschen so, ganz aus Versehen, wie das in diesem YouTube-Video dargestellt wird. Diejenigen, die schnell schreiben können, können sich das mal abmalen. Die anderen, denen kann ich das auch gerne nochmal im Nachhinein sagen. Das ist so ein bisschen so eine Zukunftsversion, so wie sieht so ein Tag im Jahr 2020 aus. Das wird halt dort dargestellt. Das Faszinierende ist, das ist zwar nicht alles so tolles und schickes Glas-Display, wie das in diesem Video dargestellt wird, aber im Großen und Ganzen die Funktionalität, die kann man heute schon abbilden. Und zwar nicht mit einem Office 365 von Microsoft, also damit geht es vielleicht auch, sondern in unserem Fall mit dem Produkt Copano. Copano ist das Produkt, über das ich hier und heute spreche. das ist das Produkt, was wir machen und das ist das Produkt, was all diese verschiedenen Kommunikationskanäle zusammenfasst. Das bedeutet Copano auch. Copano ist Botswanisch und wenn man das ins Deutsche übersetzt, bedeutet das so viel wie vereint oder zusammengeführt. Also im Englischen heißt es United, das ist auch schon wieder anders besetzt, aber deswegen im Deutschen vereint und zusammengeführt, das passt ganz gut. Und was wir zusammenführen, das sind einmal viele verschiedene Clients. Man kann auf alle Daten, die wir zur Verfügung stellen, über eine Web-App oder über eine Desk-App zugreifen, auf allen möglichen Betriebssystemen läuft das, ist recht einfach zu bedienen. Über alle möglichen Mobiltelefone kann man über diese ActiveSync-Standardschnittstelle darauf zugreifen oder diejenigen, die das Ganze noch haben, die können auch mit Outlook damit arbeiten. Auch das ist was, was wir möglich machen. Das ist einmal Copano zusammengeführt auf allen möglichen Geräten. Dann sehen Sie hier ein Screenshot von unserem Files-Modul. Unser Files-Modul kann, technisch gesprochen, auf WebDAV-Quellen, SMB, ZIPS-Quellen, FTP und so weiter und so fort zugreifen oder auf das erweiterte WebDAV-Protokoll, also sowas, was halt On-Cloud zur Verfügung stellt oder Next-Cloud heutzutage. Damit können wir genau das für den Anwender auf einer Files-Ebene sichtbar machen, was für ihn spannend ist. Ohne, dass ein Anwender sich halt in ein anderes Web-Interface noch hervorwagen muss. Also die Anwender müssen nicht in ein On-Cloud-Interface gehen. Die müssen auch nicht in ein Next-Cloud-Interface gehen. Die brauchen sich den ganzen Stress gar nicht geben, weil die sehen ihre On-Cloud und ihre Next-Cloud direkt untereinander in diesem Interface, in dem Kommunikations-Interface, mit dem sie sowieso jeden Tag arbeiten. Dann gibt es noch Copano auf mehreren Kanälen. Kommunikation findet natürlich nicht einfach nur per E-Mail statt, sondern Kommunikation findet auch gern mal natürlich statt. So wie wir das jetzt machen. So sprechen, reden und sich angucken dabei. Also das kann auch eine Videokonferenz sein. Eine hochauflösende Videokonferenz mit drei, vier, fünf, sechs Leuten mit einem geteilten Bildschirm, wo man Dinge diskutiert oder man lädt Dokumente hoch und schaut sich diese Dokumente an oder man chattet. Das gehört auch zu diesen diversesten Kanälen dazu. Das alles steckt in Copano und Sie werden sich jetzt vermutlich fragen, ob das tatsächlich schon alles ist. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich wäre viel schneller fertig gewesen mit meiner Präsentation, als ich gedacht hätte, aber das macht nichts. Und Sie werden sich jetzt fragen, ob das tatsächlich schon alles ist. Da ist meine Antwort Nein. Ist noch nicht alles. Denn, ja, Sie lachen jetzt, aber wenn man mal nach offen und transparent googelt, wenn Sie das einfach mal machen, dann sehen Sie mal, wie sexy dieser eine Mehrwert, den wir tatsächlich bieten, den die anderen nicht haben, wie sexy dieser Mehrwert doch sein kann. Ich habe erst überlegt, ob ich es einfach nur bei der Folie lasse, aber wenn Sie mal ganz ehrlich sind, ist die ja auch nicht ganz schlecht. Ja, Ja, wenn noch jemand ein Foto machen will, gehe ich gerne noch mal zurück. Hier taucht jetzt noch mal das Wort Zarafa auf. Das wird vermutlich das letzte Mal sein, so jetzt in diesem Vortrag, dass ich da drüber spreche. Zarafa ist ein Produkt, was wir seit 2006 verkaufen und Zarafa ist seit jeher oben source basiert. Ich glaube, das war so relativ frühzeitig schon 2007 rum, dass ich hier die erste Zarafa-Präsentation gehalten hatte. Da waren wir noch nicht oben source. Wir sind erst 2008 oben source geworden mit unserem Produkt. Damals ist Zarafa unter die RGBL gestellt worden, soweit das halt ging. Es gab gewisse Grenzen, da gehörten einfach Rechte anderen Leuten. Das konnten wir nicht einfach so über deren Kopf hinweg machen. Aber größtenteils war Zarafa RGBL. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir uns diesen Cloud-Markt anschauen, diesen Markt, zu dem wir die Alternative sind, dann ist unser großer Vorteil, unsere Stärke in diesem Markt, ist genau die Offenheit. Die Offenheit von oben source. Oben source hat dort eine sehr hohe Bedeutung, denn oben source bedeutet mögliche Kontrolle. Oben source bedeutet mehr Augenprinzip. Oben source bedeutet, dass man sich darauf verlassen kann, dass Leute, die Ahnung haben, finden, wenn dort irgendwelcher Blödsinn kommuniziert wird. Wenn wir irgendwo Informationen hinschicken, wo sie nicht hingehören. Deswegen haben wir uns gesagt, unser Weg muss es sein, dass wir komplett oben source sind, komplett RGBL. und genau das ist Copano. Copano ist ein Fork unseres eigenen Produktes. Das Wort Fork, Sie sind gerade aufgeschreckt bei dem Wort Fork, das Wort Fork, das hört man ja heutzutage nicht nur im Positiven, aber das ist jetzt wirklich mal ein ganz positiver Fork, also wir haben unser eigenes Produkt hergenommen, unser eigenes Zarafa und haben alles das, was wirklich die RGBL-Komponenten sind, da einmal herausgenommen und in ein neues Produkt reingesteckt, das kann man ganz offiziell machen. Das sind so 90 Prozent des gesamten Quellcodes gewesen, vielleicht auch ein kleines bisschen mehr. Ein paar Komponenten, wie zum Beispiel unsere Backup-Komponente sind übrig geblieben, die haben wir dann entsprechend neu entwickelt, dass sie halt auch in dieser Offenheit, in dieser RGBL-Form vorliegen und auch darüber nutzbar sind. Und damit haben wir unser neues Produkt aus der Taufe gehoben, das Produkt Copano, einmal in seiner Basis. Also das, was Sie hier sehen, das umschreibt einmal Copano Core, den Kern des Copano-Produktes. Indem wir diesen Fork gemacht haben, haben wir für unsere Kunden und auch für unsere Partner die allgemeinen Ansprüche, diese alternativen Ansprüche, die sie hatten, einmal komplett gemacht. Das heißt, Ansprüche an eine Groupware, an eine Collaboration-Lösung sind sowieso, man möchte zusammenarbeiten, so working together, being productive, man möchte natürlich sehr produktiv sein, aber man möchte die Kontrolle behalten, die Kontrolle über seine Daten. Wo liegen meine Informationen? Jetzt kommt hier vermutlich die komplexeste Folie, die ich in dem ganzen Vortrag drin habe. Das ist einmal die Struktur von Copano. Ich habe erst überlegt, ob ich das noch ein bisschen vereinfachen sollte, aber ich habe dann gedacht, ich lasse es einfach so, denn was Sie hier sehen, das sind alles viele kleine Bausteine, viele von denen kann man nutzen, die muss man nicht nutzen, aber was halt sehr spannend ist, das zeigt einfach mal, wie flexibel das Produkt ist, denn das Produkt kann man im ganz Kleinen einsetzen, mit fünf Leuten, mit zehn Leuten, wo das alles auf einer Maschine stattfindet. Das kann ein Raspberry Pi sein, das kann so ein Banana Pi sein, so ein ganz kleines Ding oder man kann auch mehrere tausend Leute damit zufriedenstellen, indem man diese einzelnen Boxen auf verschiedene Hardware verteilt, damit das alle einfach viel besser skaliert. und der spannende Punkt ist, dass man es wirklich als Admin, als der IT-Verantwortliche, hat man es mit diesem Produkt komplett in der Hand. Man kann entscheiden, wo die Daten liegen. Das hier unten ist das Level, wo die Daten liegen. Da sehen Sie eine MySQL-Datenbank, ein Dateisystem, dort liegen die Attachments drin. Das kann man, wenn man will, in die Cloud legen. S3, das ist Amazon, muss man nicht machen. Man kann es On-Premise betreiben, man kann aber auch eine Private Cloud aufsetzen, man kann zu einem unserer Partner gehen, dort eine Umgebung hosten lassen und dort die Daten hinlegen. Aber man weiß genau, wo sie liegen. Man kann auch beides machen übrigens. Man kann auch sagen, weniger sensible Sachen, die kommen in die Cloud, sensible Sachen liegen immer bei mir. Benutzer. Wie verwalte ich Benutzer? So ein Office 365 sagt, jaha, da brauchst du ein Active Directory. Ein Active Directory ist schon, wenn man keines hat, ein relativ invasiver Eingriff in so eine Kundenumgebung. Wir sagen, uns ist das vollkommen egal. Das Standardprotokoll, was man dort spricht, das heißt LDAP. Das heißt, wir können, irgendwo hier steht es auch drauf, wir können die Benutzer aus einer Open-LDAP-Datenbank holen, aus einem E-Directory, aus einem Active Directory. Man kann sie auch einfach nur per Kommandozeile anlegen, so dass die Benutzer in der Datenbank liegen, mit hier unten in der MySQL-Datenbank. Im kleinsten, einfachen Falle. Aber man hat die Kontrolle drüber. Dann ist die Frage, wie werden E-Mails transportiert, wie werden E-Mails gefiltert? Sie können sich das vielleicht vorstellen, in größeren Umgebungen, da ist das nicht so, dass einfach eine E-Mail ankommt und die wird stumpf weitergeleitet, sondern diese E-Mail läuft erstmal durch X-Filter durch. Da wird erstmal gesagt, ist das ein Virus, ist das Spam, ist das dies, ist das jenes. Wenn die E-Mail rausgeht, wird erstmal sichergestellt, okay, hängt dort auch eine Signatur dran, hängt dort ein Disclaimer dran. All diese Geschichten sind in Unternehmen heutzutage natürlich vorhanden. Und das passiert hier im MTA. Das ist auch etwas, wo wir sagen, Sie haben die Kontrolle. Wir zwingen Ihnen nicht unsere Sachen auf. Wir nutzen einfach das weiter, was Sie schon haben. Im ganz Kleinen kann man einfach bei der Linux-Distribution seiner Wahl, kann man hergehen, installiert sich ein Postfix und ist glücklich. Und im ganz Großen, da sagt man einfach, okay, ich nehme die komplexe Umgebung, die ich habe und binde die einfach im letzten Schritt an. Das ist der Punkt, bei dem wir sagen, okay, hiermit geben wir Kontrolle. Sie haben gesehen an dem Bild, dass die Kontrolle auch durchaus komplex sein kann. Das sind halt viele Bausteine. Wenn man es einmal eingerichtet hat, so wie man es möchte, kann man mit Copano, das haben sich viele Leute von Zarafa gewünscht, mit Copano können wir es jetzt endlich machen, kann man die Umgebung über Repositories ganz einfach up-to-date halten. Wir bespielen die Repositories für alle gängigen Linux-Distributionen, die wir unterstützen. Das heißt, ein einfaches Update reicht aus. Wir sind gerade dabei, dass wir ein Dashboard implementieren. Dieses Dashboard stellt die Möglichkeit zur Verfügung, dass man rund um die Uhr sein Produkt erweitern kann, ergänzen kann. Das kommerzielle Produkt ist natürlich in Anzahl der Benutzer limitiert. Man kann sich dann über das Dashboard rund um die Uhr als Kunde weitere Benutzer dazukaufen. Man kann über das Dashboard sich aber auch Produkterweiterungen, Plugins hinzukaufen, die halt angeboten werden von unseren Partnern. Also ein Partner zum Beispiel, der hat so ein Plugin für den Mailstore, Mail Archiver geschrieben. Das hat er uns jetzt gestern erst präsentiert, deswegen habe ich das noch ganz gut im Kopf. Ein Kunde kann einfach rund um die Uhr hergehen, sich dieses Plugin runterladen und es funktioniert sofort. Und weil einfach hier einfacher steht und das am einfachsten noch fehlt, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen Univention, die Univention-Plattform. Dafür gibt es so eine klassische Univention-App, die man aus dem App-Store sich runterladen kann. Auch eine komplett fertige VM schon mit unserem Produkt drauf. Das ist für den Test, für dein erstes Rollout, wirklich am einfachsten einzurichten. Da braucht man überhaupt keinen Hirnschmalz. Man installiert es einfach, man legt einen Benutzer an und man kann sofort E-Mails schicken, E-Mails empfangen und alles das tun, was man tun möchte. Und was hat man dann nach so einer Installation? Nach der Installation hat man eine Web-App. So sieht das Ganze aus. Ein bisschen anders, als sie früher aussah, ein bisschen moderner, ein wesentlich flacheres Design. Ein Look, der halt schon eher an Outlook 2013 oder 2016 erinnert, wenn man das Bild noch mal bemühen möchte. Aber das spricht nach allem, was wir gemessen haben, wirklich eine Vielzahl unserer Anwender und unserer Kunden an. So ein kleines Gimmick, was wir uns überlegt haben, ist, dass wir die wichtigste Funktion, von der wir aktuell denken, was die wichtigste ist, im aktuell dargestellten Screen, dass wir die immer hervorheben. Sie sehen hier oben, grün, den Button, um eine neue E-Mail zu erstellen. Das heißt, in diesem E-Mail-Fenster gehen wir davon aus, man möchte eine neue E-Mail erstellen. Wenn jetzt ein Anwender beim Helpdesk anruft, sagt, will ich eine neue E-Mail schreiben, weiß gar nicht, wie das geht, dann ist die Antwort des Helpdesk relativ einfach. Grün. Richtig. Einfach auf grün drücken. Ja, das mit der Kamera, das ist, ich habe einen ungünstigen Screenshot gewählt, das Symbol sieht mittlerweile anders aus. Ist nicht mehr grün. Ist nur noch teils grün. Sobald man halt diese E-Mail geöffnet hat, ist es der Senden-Button, der grün wird. Sodass man das halt wirklich so konsequent weiterzieht. Die Web-App ist in vielen Sprachen verfügbar. Deutsch, Österreichisch, Schweizerisch, wobei das ist noch relativ identisch. Englisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, also wir können dort wirklich sehr viel mittlerweile abbilden. Und wir haben auch mittlerweile die Möglichkeit geschaffen, dass man weitere Sprachen relativ einfach hinzufügen kann. Das sind ganz einfache 6237 Strings, die man dafür übersetzen müsste. Also wenn der ein oder andere von Ihnen halt Langeweile hat und noch irgendeine Sprache hinzufügen möchte, dann können Sie das gerne tun. Ein Account dafür, ein Login dafür, stellen wir gerne zur Verfügung. Die Farbgebung, die Sie hier sehen und auch die Form, wie Sie sie hier oben sehen, mit dieser Menübar, die ist rein über CSS definiert. Wir können über CSS, über diese Style Sheets, können wir Siems anlegen. Das komplette System ist Siem-Able. Das heißt, man kann als Dienstleister dem Kunden einen Mehrwert bieten, indem man wirklich diese Lösung genau auf den Kunden zuschneidert. Ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, der ist gar nicht mehr so aktuell. Das war glaube ich schon aus dem Januar 2016. In dem Artikel wurde er halt als Drittmeister-Kritikpunkt an Office 365 von Kunden, von größeren europäischen Kunden auch, wichtig, wurde angeführt, dass sich die Kunden wünschen, dass das Look and Feel der Applikationen irgendwie auf den Kunden gebrandet werden kann. Dass man halt die Kundenfarben wiederfindet, dass man sein Logo wiederfindet. Können die nicht, können wir. Kleiner Vorteil. Sie können auch hier oben, wenn Ihnen diese Leiste nicht gefällt, kann man auch umbauen. Kann man auch sagen, machen wir einfach einen Dropdown draus. auf solche Sachen gehen. Also jeder, der halt mit Style Sheets zaubern kann, der kann sowas zur Verfügung stellen. Was ist jetzt eine Web-App? Web-Apps, die kann man mögen, die kann man auch nicht mögen. Web-Apps sind natürlich modern. Man kann jetzt dem Kunden erklären, Web-Apps sind modern. Kunde, du musst halt mit einer Web-App arbeiten. Aber es gibt einfach einige Kunden, die sagen einfach, eine Web-App ist doof. Und die haben dort diverse Gründe dafür. Der einfachste, immer wieder zu hörende Grund ist, dann mache ich meinen Browser zu, ist die Web-App weg. Was mache ich denn dann? Das fand ich anfangs lustig, aber ich habe dann bei vielen Kunden gesessen, wo mir das die Kunden wirklich gesagt haben. Und das ist wirklich ein großes Problem für die, weil die wollen einfach arbeiten. Und deren Workflow ist einfach, Link anklicken, Browser aufmachen, Browser zumachen, weiterarbeiten. Dafür braucht man was anderes. Dafür haben wir unsere Desk-App erfunden. Die Desk-App klingt erstmal vielleicht ein bisschen weniger innovativ, aber da steckt eine ganze Menge drin, eine ganze Menge dahinter. Rein technisch, wir sind ja hier auf dem Linux-Tag, vielleicht mal rein technisch erklärt, was passiert in so einer Desk-App. Die Desk-App ist ein Chromium-Browser, ein Chromium-Browser, der mit dem NWJS-Framework einmal bearbeitet wird. Dort fliegt sozusagen alles das raus, was den Chromium-Browser ausmacht. Und das, was drin bleibt, das ist ein JavaScript-Parser. Aber ein richtig guter JavaScript-Parser. Deswegen machen wir das genau mit diesem Chromium-Weg, sonst würden wir das so nicht machen. Und in dieser Hülle, in dieser Desk-App-Hülle, rufen wir dann unsere Web-App auf. Für den Anwender haben wir dann jetzt einmal den Punkt geschaffen, dass der Anwender eine Desk-App.exe aufruft oder das entsprechende Macintosh-Gegenteil oder eben auf Ubuntu, auf Linux, auf was auch immer. Und dann öffnet sich eine eigene Applikation. Wenn der Anwender in dieser Applikation einen Link anklickt, dann springt der Standard-Browser auf. Dann kann man in dem Standard-Browser arbeiten. Browser kann man zumachen, das gibt es noch da. Ein großes Problem ist gelöst. Ein weiteres Problem ist, auf das wir immer wieder gestoßen sind, dass unsere Kunden aus einem Tabellenverarbeitungsprogramm, um nicht Excel zu sagen, oder aus LibreOffice, direkt heraus Dokumente verschicken wollen, indem sie in dem Menü auf Datei per E-Mail senden anklicken. Dooferweise springt bei den meisten dann immer noch das Outlook auf. oder der Sanderbird, wenn man das entsprechend konfiguriert. Jetzt kann auch die Desk-App aufspringen. Das Attachment wird automatisch hochgeladen. Man kann automatisch diese E-Mail dann versenden. Also gerade im Behördenumfeld ist das etwas, was sich unsere Kunden immens gewünscht haben, was wir damit zur Verfügung gestellt haben. Im Zuge dessen haben wir auch noch tiefergehende Integrationen in die verschiedenen Betriebssysteme geschaffen, indem man über ein Dray-Icon einfach so ein Menü sich auswählen kann und über das Dray-Icon direkt einen neuen Termin anlegen kann, einen neuen Kontakt anlegen kann. Und das, was wir dabei bedienen, das ist ein Interface, was wir zur Verfügung stellen, was auch von Dritt-Applikationen aufgerufen werden kann. Das heißt, eine Applikation, die Kontaktinformationen zur Verfügung stellt, die kann, wenn der Applikationshersteller das will oder wenn man das selbst erweitert, weil es oben Source ist, einfach einen Button bekommen, wo da steht, als Kontakt ins Cupano hinzufügen und dann passiert das über genau dieses Interface auf der Desktop-Seite, ohne dass man surferseitig eine Integration herstellen muss. Und dann gibt es noch den Punkt der Einschränkungen. Das mit dem Senden an, was ich gerade sagte, ist schon so eine klassische Einschränkung. Einfach so ein Attachment hochladen, das ist gar nichts, was Browser so gerne sehen, weil da wird immer vermutet, dass irgendjemand Daten klauen will. Deswegen unterbinden Browser-Tabs das gern. Browser-Tabs dürfen auch nur 5 bis 10 Megabyte an Speicher allozieren, an Cache-Speicher. Das macht auch Applikationen, die im Browser laufen, oft ein bisschen langsamer. Indem wir mit dieser Desk-App arbeiten, haben wir einige 100 Megabyte an Cache-Speicher zur Verfügung und wir haben all diese Restriktionen, die ein Browser-Tab hat, die haben wir unter unserer Kontrolle. Wir können also alles das, wovon wir sagen, das ist für eine Integration der Desk-App wichtig und das hat mit Webseiten jetzt nichts zu tun, das können wir abschalten und können sagen, okay, das lassen wir einfach zu. Wir lehren uns schon dem Ende. Natürlich ist es so, dass man ein Produkt, was auf 80% aller Firmen-Desktops installiert ist, das kann man nicht komplett außer Acht lassen. Das war auch nie wirklich das, was wir vorhatten. Also ich spreche von dem Outlook. Wir können auch das Outlook nach wie vor bedienen. In der Zarafa-Welt haben wir Outlook über die MAPI-Schnittstelle angesprochen. Also nur Outlook über die MAPI. Häufig wird missverstanden, wird gesagt, na, die von Zarafa und Copano, die machen jetzt keine MAPI mehr, das stimmt nicht, wir machen immer noch MAPI. Der Punkt ist, dass das Outlook seine eigene MAPI-Schnittstelle nicht mehr länger bedienen wird. Jetzt mit Outlook 2016 ist das noch so, aber wir wissen schon recht zuverlässig, dass das früher oder später aufhören wird. Dafür braucht man eine Alternative. Die Alternative stellt Microsoft selbst zur Verfügung, indem man, wo steht es? Da oben, indem man ein Outlook mit einem ActiveSync-Account ausstatten kann. Dieser ActiveSync-Account, der ist ab Outlook 2013 verfügbar, das heißt auch in Outlook 2016 und in den folgenden Outlooks. Und das geht eigentlich immer. Damit haben wir eine sehr transparente und sehr offene Integration in das Outlook und können dort den eigenen Kalender sichtbar machen, die E-Mails, Kontakte, Aufgaben und so weiter und so fort und das alles offline synchronisiert. Wahlweise für den letzten Monat oder das gesamte Postfach. Wir mussten dort ein kleines bisschen an unserem Z-Push, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, arbeiten, das Z-Push ein bisschen ergänzen, erweitern. Genauso wie wir es auch bei dem iPhone immer mal machen mussten, dass wir ein paar Sachen weniger restriktiv sehen, damit das alles schnell und zuverlässig funktioniert. Mit der aktuellen Version von Z-Push ist das der Fall. Man kann sehr gut damit arbeiten. Es gibt eine kleine Herausforderung, die wir umgehen mussten. Die Herausforderung ist, dass die Kollegen von Microsoft, als sie ihr Outlook zusammengebaut haben, blöderweise ein paar Funktionen vergessen haben zu implementieren. Merkwürdigerweise in der Office 365-Schnittstelle sind die perfekt implementiert, aber nur mit ActiveSync hat man das vergessen. Man hat zum Beispiel vergessen, dass die Reply- und Vorwart-Flags, wenn man auf eine E-Mail antwortet oder eine E-Mail weiterleitet, dass man die vielleicht auch auf den Server synchronisieren müsste, damit andere Geräte das auch mitbekommen. Das findet bei Outlook über ActiveSync nämlich nur lokal statt. Dann geht man bei Microsoft nicht davon aus, dass jemand, der über ActiveSync arbeitet, Interesse daran haben könnte, ein globales Adressbuch zu sehen. Oder vielleicht sogar noch freige Buchzeiten, wenn man einen Termin planen möchte von anderen Leuten. Das sind ja so Groupware-Funktionalitäten. Das sind Sachen, die das ActiveSync-Protokoll sehr gut hergibt, aber das sind Sachen, die einfach in Outlook nicht implementiert sind. Dafür haben wir eine Lösung und diese Lösung heißt Copano Outlook Extension. Die Copano Outlook Extension ist überhaupt nicht auf keinem Weg mit dem Plugin zu vergleichen, was wir früher schon einmal hatten. Denn früher haben wir uns das Outlook hergenommen und haben an dem unterstmöglichen Punkt einen sogenannten MAPI-Treiber platziert, der einfach nur Daten übersetzt hat. Das ist das, was in Zukunft nicht mehr gehen wird, was halt irgendwann wegfallen wird. Das, was wir jetzt machen, ist, wir sind an dem obersten möglichen Punkt, einmal auf der anderen Seite, und haben dort ein sogenanntes Com-Plugin zur Verfügung gestellt. Und dieses Com-Plugin, das nimmt sich in versteckten Ordnern über ActiveSync übertragene Daten und macht diese Daten an der richtigen Stelle sichtbar. Somit können wir ein globales Adressbuch, die freige Buchzeiten und in Zukunft auch noch weitere andere Funktionen im Outlook auch über ActiveSync zur Verfügung stellen. Da sind auch Gruppenfunktionen geplant, aber trotzdem wird das Outlook in Zukunft eine andere Rolle einnehmen, als es sie heute hat. Denn diese Gruppenfunktionen, die werden an das, was Outlook Stand heute kann, mit diversesten Lösungen soweit nicht rankommen. Das ist jetzt tatsächlich so, dass ich noch extrem vieles sagen könnte. Also, seien es jetzt Signaturmanagement zum Beispiel, das ist so ein klassischer Punkt, wovon ich großer Fan bei uns bin, eine größere Firma, die drei Punkte stehen ja immer für mehr, ja. Eine größere Firma, die Signaturen handhaben muss, also da haben wir jetzt so was eingeführt, dass man Signaturen mit Templates versehen kann. Das heißt, man schreibt einfach doller Name rein und aus dem globalen Adressbuch wird dann der richtige Name eingeführt. Also finden wir ganz toll für große Firmen, die freuen sich da auch drüber. S-Mein-Verschlüsselung ist auch was, was wir im Browser machen, wofür wir einen etwas unkonventionellen Weg gewählt haben. Das heißt, wir nutzen dafür nicht den Zertifikats-Cache des Browsers, sondern wir speichern Zertifikate bei uns auf dem System, was die Administration von S-Mein- Zertifikaten extrem einfach macht und die Sicherheit wirklich nur marginal beeinflusst. Also wirklich sehr marginal. Wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, viele Leute finden das toll. Wobei Device-Management ist auch so ein Punkt. Man hat sein Handy verlegt, man macht sich Sorgen um die Daten, die drauf sind. Über unser Interface können wir sagen, das Telefon wird, sobald das das nächste Mal online ist, wird sich das automatisch zurücksetzen und wird sich formatieren, dass alle Daten weg sind. Remote-Vibe. Wenn man noch wesentlich weitergehen möchte, gibt es so eine Integration wie Mobile-Iron. Das sind Leute, die sind darauf spezialisiert, noch viel mehr damit zu machen. Auch so ein Mobile-Iron kann man mit unserem Z-Push betreiben und kann auch darüber die Mobiltelefone steuern. Ja, wie gesagt, ich hätte da jetzt noch dutzende Dinge mehr, aber vielleicht hat der ein oder andere noch eine Frage, wo wir das dann nochmal ein bisschen detaillierter beleuchten können. Meine beiden letzten Folien, das ist die vorletzte, die verweist einmal auf documentation.copano.io. Das ist unser Dokumentationsportal. Ist zwar englisch, nicht deutsch, wie sich das viele Kunden wünschen, aber dafür fast komplett. Für irgendwas muss man sich halt entscheiden. Wir haben uns für das fast komplett entschieden. Etwas, worauf ich sehr stolz bin im Vertrieb bei uns, ist tira.copano.io. Wer von Ihnen kennt tira? Fast 40%. Tira ist ein Entwicklungsticketsystem, damit kann man Entwicklungstickets verwalten. Das System ist bei uns offen. Man kann sich dort als Kunde, als Partner oder auch als Community-Mitglied einen Account anlegen und kann seine eigenen Tickets verfolgen, kann für diese Tickets stimmen, dass die halt ein höheres Rating bei uns bekommen. Wir werden natürlich trotzdem immer unsere Roadmap halt fest entscheiden, wie wir halt unsere Roadmap einladen. Aber trotzdem ist es so, dass das ein guter Indikator für uns ist. Was möchten denn die anderen? Was brauchen denn die anderen? Und für sie ist es halt immer ein ganz guter Punkt, dass sie sehen, was passiert denn überhaupt bei den Jungs. Und letztendlich gibt es da noch zhub.io. zhub.io ist eine ähnliche Schnittstelle wie dieses Tira. Dort liegen aber Projekte wie das Z-Push, wie die Univention Integration, die halt komplett frei sind. Da ist jeder eingeladen, gern mit dran rumzubasteln, eigene Tickets anzulegen, Wünsche zu dokumentieren oder Sachen zu kommentieren, was auch immer. Auf copano.com finden Sie dazu weitere Informationen. Ab dem 6. Oktober, das ist der Tag, an dem unsere Kunden- und Partnerkonferenz stattgefunden hat, finden Sie dort auch ein grafisches Makeover, also auch mit unserem neuen Logo, was wir dann an dem Tag releasen. Was halt dann nicht mehr dieses kursive K ist, sondern wirklich etwas mit mehr Aussage dahinter. Ein Partner von uns sagte immer, der sieht immer rot, wenn er das sieht und denkt an Cornflakes. Das schalten wir damit ab. Und was Sie natürlich auch machen können, wenn Sie Univention kennen, durch den App-Katalog einfach mal nach Copano suchen. Dann kostet Sie das zwei Klicks und nach diesen zwei Klicks haben Sie Ihr Copano am Rennen. Dann können Sie sich all das, worüber ich gerade gesprochen habe, selbst anschauen. Dann danke ich Ihnen bis hierher erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Hat denn irgendjemand eine Frage? Mache ich. Fangen wir da an, dann geht es da weiter. Welche Komponenten sind nicht oben so aus? Welche Komponenten sind nicht oben so aus? Ich sagte ja, wir haben diesen Vogue gemacht, damit alle Komponenten oben so aus sind. Dann ist es jetzt schwierig zu sagen, welche Komponenten nicht oben so aus sind. Also auch diese Outlook-Extension, auch dafür werden wir den Quellcode veröffentlichen. Allerdings ist das, wir werden gewisse Restriktionen haben oder wir haben schon jetzt gewisse Restriktionen, welche Binärpakete kostenfrei verfügbar sind. Also als Binärpakete können Sie dann gewisse Sachen nur als unserer Kunde runterladen. Bitte? Ist Zarafa mit Copano gestorben oder wird das trotzdem weiterentwickeln? Die Frage ist, ob Zarafa weiterentwickelt wird. Zarafa wurde gefurkt. Das heißt, wir werden aufhören, an Zarafa aktiv zu entwickeln, sondern wir arbeiten an dem Copano-Zweig aktiv weiter. Denn in Zarafa stecken halt durchaus ältere Komponenten, wo wir die Lizenzen nicht komplett kontrollieren können. Ja, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Fragen. Wenn Sie im Anschluss noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Dadurch, dass ich jetzt gleich 15 Uhr in den nächsten Vortrag auch eingebunden bin, habe ich für individuellere Fragen nach 16 Uhr Zeit. Aber auch dann bin ich noch hier, auch morgen bin ich noch mal da. Dürfen Sie mich gerne löchern. Dankeschön.